Das war das erste Mal. Nein. Das heißt zum Beispiel auf Finnisch, ich liebe dich. Heißt, ab bitte. Heißt, servizio. Wir sind die Leute im Abteil. Nicht so toll. Da ist ein schräger Typ. Du guckst immer so ernst. Bald wirst du alt und kriegst viele Falten. Das weiß ich selber. Vielen Dank. Na ja, ich meine ja nur so. Ich fürchte, ich würde große Sehnsucht nach ihr kriegen. Doch ehrlich gesagt, ist es nur die Sehnsucht danach, wie sie mich anblickt. Und was hast du gesehen? Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF für funk, 2017